Hi und herzlich willkommen bei mymonk-Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim, freue mich, dass du da bist und ich bin ein bisschen erkältet noch. Wenn ich also ein wenig anders klinge als sonst, dann liegt es daran. Wenn es dir so geht wie mir und den meisten anderen auch, dann gehört Scheitern und die Angst davor zu diesem Weg, den wir da gehen, irgendwie dazu. Den wenigsten von uns kotzen ständig süße Einhörner lauter Regenbogen vor die Füße. Nee, wir treten mal wo rein und das stinkt uns dann und das stinkt vielleicht sogar eine ganze Weile und manchmal scheinen wir auch fast zu versinken in einem braunen Tümpel. Und weil das so wenig Spaß macht, dieses Scheitern, haben sehr viele von uns auch Angst davor, mich eingeschlossen. Angst vorm Scheitern, Angst das zu tun, was sie sich eigentlich wünschen, wovon sie eigentlich träumen, was sie eigentlich lebendiger sein lassen würde. Und heute geht es um diese Angst und ich glaube nicht, dass wir uns komplett von ihr befreien können, weil die zum Menschsein dazugehört, denke ich. Was wir aber auf alle Fälle schaffen können, ist uns inmitten der Angst zu befreien. Das heißt, besser mit ihr zurecht zu kommen und uns weniger von ihr einsperren zu lassen. Ich bekomme oft Mails von Lesern und Hörern, Leserinnen und Hörerinnen, Schwestern und Schwesterninnen, die einen Traum haben, zum Beispiel einen beruflichen, den halbwegs sicheren Job in der Verwaltung schmeißen und zwar in der Verwaltung der Langeweile und was Sinnvolleres tun, was Erfüllenderes tun. Kreativ sein, Tiere retten, was weiß ich, Einhörner mit chronischen Magen-Darm-Problemen, um die Welt reisen und unterwegs bei Hilfsorganisationen mit anpacken. Und manchmal schwingt sie mit zwischen den Zeilen. Und manchmal schreit sie einen auch richtig an, die Frage, ja würde ich ja gern, aber was, wenn ich scheitere? Und so kann es das über Jahre oder wenigstens Monate und manchmal sogar über Jahrzehnte begleiten, diese Angst, wenn wir uns Silvester für Silvester vornehmen, im neuen Jahr endlich unserem Traum zu folgen und dann wieder ein Jahr rum ist, in dem wir doch nur das vorherige Jahr wiederholt haben, die Vergangenheit kopiert haben, in Schwarz-Weiß- und Grautönen natürlich. Ich schätze die Frage, was, wenn ich scheitere, ist die falsche, denn wir werden scheitern, stolpern, ausrutschen, fallen, aufprallen. Die besseren und wichtigeren Fragen sind vielleicht, was passiert, nachdem wir gescheitert sind? Bleiben wir liegen? Lecken wir uns unsere Wunden so lange, bis wir uns mit der Zunge sogar durch den Knochen gearbeitet haben? Oder stehen wir wieder auf, lernen wir daraus, werden wir stärker und machen wir weiter, weil wir jetzt einen Schritt weiter am Erfolg sind, zwangsläufig, mit unseren neu gewonnenen Erfahrungen. Direkt an der Angst, vorm Scheitern zu arbeiten, macht eigentlich gar keinen Sinn, denn keine Affirmation der Welt lässt uns tief in uns vergessen, dass die Möglichkeit immer dazu gehört, dass unser gewünschtes Ergebnis nicht eintrifft und dass wir uns vielleicht auch zum Obst machen vor anderen. Ganz wichtig finde ich also erstmal diesen Punkt, die Angst vorm Scheitern ist ganz normal. Wie so oft gibt es aber jetzt auch ein paar Gedanken über das Scheitern und am Ende gibt es eine ganz konkrete, ziemlich wirkungsvolle Technik, mit der du deine Ängste so weit in den Griff bekommen kannst, dass du ins Tun kommst. Der erste Gedanke ist, Scheitern ist letztlich nichts als eine Idee, eine Vorstellung, eine Bewertung. Scheitern existiert eigentlich nur in deinem Kopf. Die Rückmeldung, die du als Scheitern bezeichnest, ist von sich aus ja erstmal weder gut noch schlecht. Du machst sie erst dazu, wir machen sie erst dazu, wir selbst. Also ja, wir können scheitern, aber das, was wir Scheitern nennen, ist nur ein Konstrukt, ein Konzept, das wir von unserer Umwelt gelernt haben und jetzt glauben, oh, ich scheitere, oh, das ist ganz furchtbar. Der zweite Gedanke, Scheitern ist ein Scheinriese. Viele kennen diesen Scheinriesen aus der Geschichte von Lukas und Jim Knopf. Ein Mann mit einem langen Bart, er scheint sehr bedrohlich und groß, solange er in der Ferne ist. Aus Angst laufen die Menschen dann vor ihm weg und lernen ihn so gar nicht kennen. Rennt man jedoch nicht davon, sondern nähert man sich diesem Scheinriesen, dann sieht man, dass er immer kleiner wird, je mehr man darauf zugeht. Und dass es am Ende ein ganz normaler Typ ist, der auch nicht größer ist als, was weiß ich, Tom Cruise oder so mit seinem 1,70 Meter maximal. Mit dem Scheitern ist doch so. Es kommt uns im ersten Moment vielleicht dramatisch vor, als ein mächtiges Gewitter, das alles davon spült, wofür wir uns angestrengt haben, als eine Sintflut, das Ende. Dabei waren es oft nur so ein paar dunkle Wolken, die bald vorübergezogen sind, wenn wir mal gescheitert sind. Als es dann wirklich kam, war es halb so wild wie in unserer superwilden Fantasie vorher. Gedanke 3 Ohne Scheitern gibt es keine Erfolge, nur Reue. Nur das leise, kleine Leben eines Menschen, der nie seinen Träumen gefolgt ist. Risiken, also ich meine, sind es denn überhaupt welche, verglichen mit dem Leben voller Reue? Und das Scheitern lassen dich wachsen, machen dich größer, zeigen dir neue Wege. Scheitern macht gescheiter, auch wenn du die Lektion vielleicht manchmal erst Jahre später begreifst. Der vierte Gedanke Scheitern ist eine Etappe auf dem Weg zum Ziel und oft sind wir schon viel näher am Ziel, als wir denken. Scheitern ist einfach der Preis, den wir zahlen und zugleich der Preis, den wir erhalten, wenn wir angekommen sind. Warst du nicht immer besonders nach den anstrengenden Kämpfen glücklich und stolz, dass du doch noch geschafft hast? Und? Du weißt wirklich nie, wie nah du dran bist an deinem Ziel, auch wenn du gerade oder gerade mal wieder gescheitert bist. 5. Du bist nicht dein Scheitern. Wenn du scheiterst, bekommst du eine Rückmeldung, die du selber verursacht hast, vielleicht zumindest mitverursacht hast. Aber du bist nicht das Scheitern selbst. Denk an ein Kind, das lernt, Fahrrad zu fahren und stürzt. Ist das Kind der Sturz? Ist es ein Versager, das bis zum Rest des Lebens ausgelacht wird, zwangsläufig und angespuckt wird? Oder ist das Kind ein wertvoller Mensch, der irgendwas Bestimmtes eben gerade erst noch lernen muss? 6. Gedanke Scheitern hat immer einen Grund. Manchmal ist es sogar ein guter. Scheitern gibt dir die Chance, neu zu beurteilen, wie wichtig dir das Ziel wirklich ist. Manchmal bewahrt uns das Scheitern davor, das Falsche zu tun. Ich zum Beispiel bin ziemlich gescheitert, mit meinem damaligen Ziel ein ganz toller Unternehmensberater zu werden. Nach einem halben Jahr habe ich es dann schon peinlicherweise nicht mehr ausgehalten. Aber nur mit diesem Zwischenschritt konnte ich erkennen, was trotz aller finanziellen oder karriere-technischen Verlockungen eigentlich gar nicht zu mir passt. Das Scheitern war letztlich der Baustein für meine Einsicht, dass ich auf dem falschen Weg war, als ich mir während des BWL-Studiums so Zeitschriften für junge High Potentials gekauft und gelesen habe und mich hineingeträumt habe in ein super wichtiges Dasein zwischen Flughäfen und Hotels und Kunden, die unbedingt meine Meinung brauchen, obwohl sie alle doppelt so alt sind wie ich. Auch Umwege erweitern unseren Horizont, sagt der deutsche Aphoristiker Ernst Verstel. Siebter und vorletzter Gedanke. Alles, was du brauchst für dein Glück, liegt in dir, in dir selbst und nicht in der äußeren Welt. Du kannst dich zu jedem Zeitpunkt auf das konzentrieren, was du hast und was du geschafft hast oder auf das, was dir vermeintlich fehlt und entgangen ist. Und daran kann dich auch das Scheitern erinnern, dass du die Wahl hast, auf etwas zu schauen, was gut ist, was schon da ist. Auch wenn das so ziemlich das Letzte sein mag, was man hören will, wenn man gerade wieder aufs Gesicht gefallen ist. Ich persönlich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, dass ein erreichtes Ziel mich am Ende doch nicht glücklicher gemacht hat. Und das Scheitern langfristig schon, weil ich einfach was daraus gelernt habe. Entscheidend ist halt, wie wir die Dinge bewerten und worauf wir schauen. Das macht uns glücklich oder unglücklich. Nicht, ob wir bei XY erfolgreich waren. Und der achte und letzte Gedanke, nach dem Regen kommt die Sonne. Deine Tränen werden trocknen, deine Verzweiflung wird verfliegen, du wirst neue Kraft und neuen Mut schöpfen immer wieder. Und du bist auch schon so oft aufgestanden, sonst wärst du gar nicht mehr hier, denn keiner von uns bekommt nur Glück und Freude und so weiter an den Hintern geblasen. Und selbst wenn, dann will ich mit dem seinen Hintern da echt nichts zu tun haben. Weil solche Erfahrungen wichtig sind und uns zu ganzen Menschen machen. Im Grunde brauchen wir auch wirklich nur eine einzige Sache schaffen im Leben. Einmal mehr aufstehen, als wir hingefallen sind. So, und wenn du es jetzt gar nicht mehr abwarten kannst, zu scheitern, raus mit ihr. Sprich sie an, die Kellnerin, von der du gern mal Frühstück serviert bekommen würdest, bei dir zu Hause, vielleicht dein Leben lang. Oder greif zum Hörer und erledige diesen einen Anruf, der dich einen kleinen Schritt voranbringen kann oder vielleicht sogar einen großen. Aber, falls du noch nicht ganz ready bist, dann kannst du vorher noch eine Übung machen, die versprochene Übung. Und zwar ist das eine Übung, die ich von Tim Ferriss gelernt habe und die Fear Setting heißt. Also als Gegenentwurf zum Goal Setting, statt Ziele zu setzen, setzen wir uns auseinander mit der Angst. Tim Ferriss sagt, und da ist was dran, deine Ängste zu definieren, könnte weitaus wichtiger sein, als deine Ziele zu definieren. Am besten nimmst du für die Übung ein Blatt Papier und machst es schriftlich. Da werde ich ja nicht müde, das zu betonen, wie viele wirksame Übungen sind, wenn unsere Gedanken endlich mal raus aus unseren verquirlten Gehirnen kommen, fließen dürfen. Und genauer gesagt brauchst du sogar drei Blätter Papier. Also, für den ersten Schritt von der Übung nimmst du das erste Blatt Papier, malst drei Spalten auf und über die linke Spalte schreibst du definieren. Über die mittlere Spalte schreibst du vorbeugen und über die rechte Spalte schreibst du reparieren. In die linke Spalte schreibst du dann einfach untereinander all die albtraumhaften Dinge, die schlimmstenfalls passieren könnten in deiner Vorstellung, wenn du dein Vorhaben umsetzt, das, wo du gerade noch Angst davor hast. Also, da kommen jetzt alle Ängste hin, die dir irgendwie in den Sinn kommen. Und dann schreibst du daneben in die Spalte stichpunktartig, was du jeweils tun kannst, um genau diesen jeweiligen Albtraum zu verhindern. Wenn du dich also zum Beispiel selbstständig machen willst und links steht die Angst, ich werde verhungern, dann kommt rechts daneben hin, nee, ich könnte auch meinen Job erstmal in Teilzeit weitermachen oder ich könnte sehr viel Konservendosenfutter kaufen, solange ich sicher noch ein sicheres Einkommen habe. Und so gehst du all deine Ängste durch und schreibst zu jeder Angst Sachen auf, die du tun kannst, um das Eintreten zu verhindern. Hinterher kommt dann die dritte Spalte dran, reparieren. Da ist verhungern jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ehrlich gesagt auch ein ziemlich unrealistisches. Wenn also zum Beispiel deine Geschäftsidee scheitert, wenn du es nicht verhindern konntest, was kannst du dann tun, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen? Jedenfalls schreibst du in diese dritte Spalte all die Dinge, die du tun kannst, wenn dein jeweiliges befürchtetes Szenario aus der ersten Spalte von den Ängsten eben doch eingetreten ist. Das ist der erste Schritt. So, nachdem wir uns in Schritt 1 mit den Ängsten auseinandergesetzt haben, schauen wir in Schritt 2 auf die Chancen, auf das Positive, das passieren kann, wenn wir uns trauen. Ansonsten wäre das nämlich eine sehr einseitige Betrachtung. Und witzigerweise passiert ja oft genau das, wenn wir nicht aufpassen. Dann kreisen unsere Gedanken nur noch um die angstvollen Horrorszenarien und wir verlieren ganz aus den Augen, dass es ja auch eine Menge zu gewinnen gäbe. Aber wir können, was das angeht, ja eher konservativ sein und müssen gar nicht das besteste Szenario erörtern, sondern machen was anderes. Also Schritt 2, nimm ein zweites Blatt Papier und schreib drüber, was kann Positives passieren, wenn ich es versuche oder es hat teilweise gelingt? Also, was kann Positives passieren, wenn ich es versuche oder es teilweise gelingt? Welche Vorteile könnten daraus erwachsen? Was würdest du lernen, wenn es dir wenigstens teilweise gelingt oder du es wenigstens versucht hast? Und zwar eben auch dann, wenn du nicht die volle Punktzahl bekommst, sondern es nur halbwegs funktioniert oder vielleicht auch gar nicht. Welche positiven Dinge könntest du mitnehmen? So, und dann kommt der dritte und letzte Schritt. Nimm ein drittes Blatt Papier und schreib drüber, Was kostet es mich, wenn ich es nicht versuche? Und dann machst du wieder drei Spalten darunter. Bei der linken Spalte steht oben sechs Monate, über der mittleren Spalte steht ein Jahr und über der rechten Spalte steht drei Jahre. Und dann schreibst du für jeden dieser Zeiträume auf, sechs Monate, ein Jahr, drei Jahre, was es dich kosten würde, wenn du weiterhin inaktiv wärst. Finanziell, emotional, für dein Leben. Das könnte dir auch bekannt vorkommen aus einer anderen Technik, wo es um die Dickens-Technik von, aus einer anderen Folge, wo es um die Dickens-Technik von Tony Robbins geht, über die ich eben schon mal gesprochen habe. Angenommen, wir sprechen die Kellnerin nicht an, aber sie interessiert uns einfach so und naja, wir haben da gar nicht einen Kopf frei für andere Frauen und selbst wenn würden wir die wahrscheinlich auch nicht ansprechen. Also bleiben wir wohl Single. Wie würde es uns gehen, wenn wir uns dieser Angst vorm Scheitern beugen in sechs Monaten, in denen wir vielleicht mehrmals die Woche dorthin gegangen sind, wo sie als Kellnerin arbeiteten, dieses Restaurant und jedes Mal würden wir schmachten und die Möglichkeit, sie kennenzulernen, würde von Mal zu Mal sinken. Und nach einem Jahr gehen wir da vielleicht hin eines Morgens und sie kommt gerade an zur Frühschicht und anders als sonst nicht allein, sondern sie wird gefahren von irgendeinem Macker auf seinem Dreieck oder in seinem schwarzen SUV und wir müssen einfach mit ansehen, wie sie ihn küsst zum Abschied. Und wir haben ein ganzes Jahr unseres Lebens verschwendet für eine Fantasie, die nie eine Chance hatte. Und zwar nur deshalb gar keine Chance hatte, weil wir sie nicht ergriffen haben. Und wer weiß, in drei Jahren, wir gehen immer noch in dasselbe Café, wir kriegen sie eben nicht aus dem Kopf, was willst du denn machen? Sie ist halt vergeben und trotzdem sind wir noch fixiert auf sie, auch wenn wir wissen, dass sie irgendwie krank ist. Und ja, in drei Jahren hat sie dann einen Babybauch auf einmal und da wird kein kleines Lebewesen drin sein, was uns ähnlich aussieht. Und wir sind drei Jahre älter, drei Jahre Single gewesen und geblieben. Wir mit dem Rest an Fantasie und von einem gemeinsamen Leben mit der Kellnerin und einer sehr großen Portion inklusive Nachschlag von Einsamkeit. Was hätten wir stattdessen erleben können? Auch an Liebe. Angenommen, wir hätten sie angesprochen. Und selbst wenn sie uns einen klaren Korb gegeben hätte, dann hätten wir viel leichter abschließen können. Dann wäre die Sache klar gewesen. Und nachdem wir ein paar Mal in unseren Kaffee geweint hätten, hätten wir uns wahrscheinlich ein anderes Restaurant ausgesucht und die nächste gestalkt. Kleiner Spaß, nein. Wir hätten gelernt, dass wir es natürlich und tatsächlich schaffen können, auf andere zuzugehen und dass wir es überleben, selbst wenn es nicht optimal läuft. Und wir wären stolz drauf gewesen, trotzdem. Auf uns. Und wir hätten Schwung bekommen und es wäre uns bei der nächsten Gelegenheit schon wieder deutlich leichter gefallen, auf jemanden zuzugehen. Und irgendwann, vielleicht ja schon bald, hätten wir sie getroffen oder ihn. Die eine, mit der wir unser Leben oder wenigstens unseren Lebensabschnitt teilen können und die uns morgen immer zum SUV ins Café fährt und uns so toll findet, dass wir sogar auf dem Beifahrersitz sitzen dürfen, vorne und selbst den Radiosender auswählen können. Wie krass wäre das denn bitte? Wie wäre das übertragen auf deinen Traum? Was würde es dich in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten und drei Jahren kosten, wenn du weiter zögerst? Das sind die drei Schritte. Also was wäre, wenn die die Ängste definieren? Dann im zweiten Schritt, was könnte passieren? Was könnte Gutes passieren? Und im dritten Schritt, was würde es uns kosten, wenn wir es in den nächsten sechs, zwölf oder 36 Monaten weiterhin nicht machen? Die Übung stammt, wie gesagt, von Tim Ferriss und kommt in dem äußerst empfehlenswerten Buch die Vier-Stunden-Arbeitswoche, glaube ich, auch im anderen Buch, Tools der Titanen vor. Und es gibt auch einen TED-Talk dazu. Und das Schöne an dieser Übung ist, dass sie viel ausgewogener und realistischer ist als jedes Herumstochern in noch so tollen visualisierten Zielen, mit denen wir da unsere Ängste niederbügeln oder ausräumen wollen. Das funktioniert einfach nicht. Das macht wirklich Sinn, sich damit auseinanderzusehen, einen klaren Blick zu entwickeln und auch zu merken, hey, selbst der schlimmste Fall ist oft viel besser, als der Fall, es gar nicht versucht zu haben. Aber das reicht nicht, uns das als irgendwie Sinnspruch reinzuziehen, diesen Gedanken, sondern wir müssen uns das, oder können es uns, wenn es wirklich wirkt, wir wirklich erarbeiten, uns mit unseren Ängsten auseinandersetzen. Und wir können unsere Ängste wirklich stark reduzieren damit, weil es einfach unsere Sicht klärt, auf eine realistische Weise und wir daran arbeiten können. Ich meine, man kann natürlich, und das ist sehr normal oder sagen wir gewöhnlich, statt die Sache ernst nehmen, einfach noch ein paar weitere inspirierende Podcasts und Videos und Insta-Posts uns reinziehen. Das kenne ich nur zu gut von mir selber, aber wenn wir wirklich vorankommen wollen, ist diese Übung echt Gold wert und bringt x-mal mehr als jeder weitere Konsum, was nicht so schwer ist, weil der Selbsthilfe-Motivationskonsum allein meistens ungefähr gar nichts bringt. Vielleicht noch ein schönes Zitat zum Abschluss, passend dazu, dass Zitate nicht so viel bringen. Dennis Wadley schrieb, Scheitern sollte unser Lehrer sein, nicht unser Totengräber. Es ist ein vorübergehender Umweg, keine Sackgasse. Scheitern ist etwas, das wir nur dann vermeiden können, wenn wir nichts sagen, nichts tun und für nichts stehen. Oder auch schön in Jack Canfields wurden, Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. So, das war es mit dieser Folge. Eventuell ist es nicht die Angst vorm Scheitern, die dich abhält, sondern die Angst vorm Erfolg. Dann könnte die Folge 26 für dich was sein mit dem Titel Hält dich diese geheime Angst vorm Erfolg ab? Ich würde es aber darauf wetten, dass es vielleicht eher die Angst vorm Scheitern ist an erster Stelle und du vielleicht mit dieser Übung hier anfängst und schaust, ob es dir vielleicht schon reicht oder mehr als reicht, um doch den ersten Schritt zu machen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer und danke, dass du zugehört hast, obwohl ich irgendwie noch recht verrotzt bin. Ich habe zumindest versucht, nicht reinzuschnieven. Also am Mikrofon tropft dir nichts runter. Wie immer freue ich mich sehr, sehr, sehr über deine ehrliche Bewertung bei iTunes. Das macht mir eine Riesenfreude. Das sage ich nicht nur so dahin. Ehrliche Bewertung bei iTunes. Oder wenn du mir schreibst, zum Beispiel bei Instagram, kannst du einfach mal nach MyMonk suchen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir uns demnächst hier wieder hören. Habt eine schöne Zeit. Danke dir und bis bald vielleicht. Ciao.